Wenn du den Oculus zerstörst, wird mein Hellentor dich verschlingen. Jetzt verbleibt nur noch ein Tor. Jetzt verbleibt nur noch ein fucking Tor. Ah, da ist er doch. Oh. Hm? Aber das sieht mir schon verdächtig danach aus, dass wir fast durch sind. Du hast gespielt. Ja. Ja. Hey, Komplinen, Alter. Komm mal her. Ja. Hier ist der zweite Portal. Jetzt reingehen? Eigentlich komme ich zu früh. Hahahaha. Hahaha. Ah, ich finde mich selbst so lustig. Jetzt kann ich wieder dann aushalten, weil ich so lustig bin. Das ist schon wieder so ein geiler Engel. Es ist ja dieselbe Map wie gerade, Alter Der geht noch voll die Party in der und ab Was macht er denn Freddy für? Boah, Junge, Alter, was geht denn hier ab, Alter? Kein Wunder, da hat ich hier Level wie so geklopft Imperius, der Erzengel der Tapferkeit Ist der größte Krieger der Schöpfung Er schwelgt in Kriegen und Schlachten Und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt Tja, in Abwesenheit Aua Ist der Bumms wehgetan Truhe Du wirst es nicht schaffen Die Höllentruhe sind geschlossen Ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen Aber wir dürfen keine Sekunde vergeuden Schnell, ihr müsst zum silbernen Tod Ich hab schon wieder zig gelber 1 bis hier, ey Bist du schon durch? Ja Na, Moment mal, ich hab hier, ich muss hier noch Sachen wegschmeißen Ich bin fast Ja, kommt, kommt, Runde, wir müssen mal ganz schnell hier durch So, wo müssen wir, na? Du, krass, selber mal her Das ist mein Hero Das ist sicher? Kommen wir doch her Ja Ah, da Nein Wenn wir als Diablo geklatscht haben, ist die durch Ja, das ist meistens so bei einem Endbus Wie ist der denn hier? Ich bin schon morf, und hier kommt, ich darf das spiel Hey, was? Die Morlou waren einst Menschen und große Krieger Hey, was? In ihrer Seele lag jedoch eine Dunkelheit verborgen Und wie wirst du, der Herr des Passes machte sich diesen Makel zunutze und führte sie mit einem Trick in die Knechtstunde Sind wir nicht nach oben? Mit der Zeit verstellte sein Zorn ihre menschliche Form Und hinterließ nichts als freunige Gespenster Die weder Schmerz, Furcht noch Zweifel kennen Ja, die treckern ja, aber ich bin fast voll Ja, komm gleich in den Stunt gehen Na, ich hab noch ein paar Strucks, aber ich wollte nur noch sagen Hm, was sollt ihr denn? Komm her, ich will Diablo 1 auf die Presse geben Ah, da sind wir doch Ah, da sind wir doch Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben Ihr habt mir gezeigt Dass noch immer eine Chance besteht Zu siegen Aber wir müssen uns beeilen Diablo ist bereits auf dem Weg zum silbernen Turm Ja, hopp, komm, den hauen wir Ich verstehe es endlich Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein Jo Das war immer noch ein Diablo, oder? Ich muss aber eigentlich, äh, eben, stopp, eben, Dingsbums, stopp Ja, komm, dann hopp, schnell Das ist unmöglich Kann ich nicht Ich auch nicht Ja, dann hat sich das erledigt, weil wir scheinbar hier im Endkampf sind Ja Ne, das ist nicht Diablo Das ist Diablo Das ist Diablo Ja, wo ist das Problem? Ja, wo ist das? Nein, da ist doch Alles gleich hat hier nichts zu suchen Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben Da ist Diablo Nein, so behindert? Das ist, wie heißt der denn? Imperator Ne, wie hieß der? Schenkt ihm keine Beachtung Das ist unmöglich Jetzt geht Euer Macht ist größer, als selbst Dürer ihn vorausgesehen hatte Na, komm, zack, hopp, schnell Eben, schnell verkloppen und zack, wieder rein Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Gestaltbogen hat Ja, aber komm, schnell, 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 dann können wir Diablo noch auf die Fresse hauen Stell, schnell, 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 schnell Das ist aber heute schon zu Ende Ja, ist wahrscheinlich egal, wann da zu Ende ist Ja, komm, hier, kannst du alles haben, Digga, bräuch ich nicht Hier, ne, ey, kannst du haben, hier, zack, 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 zack Ich guck überhaupt nicht, was das ist, ich verkauf dann alles Zig goldene Items hab ich jetzt vertickt Fertig Ja, ich muss noch eben an der Truhe, da hab ich noch ein paar Sachen reinzuschmeißen und dann Zack, da, da rein und zack, da, da rein und alles klar Ja, toll, jetzt läuft der Spastik mit mir mit, ey Ich erinnere mich da an, die Engel in all ihrer Mai Okay Diablo will den Kristallbogen auf dem silbernen Turm verderben Ja, siehst du, ich muss erst im Turm laufen Wenn ich das zulasse, sind die Himmel verloren Tyrael und ich müssen den Herrn des Schreckens aufhalten, bevor es zu spät ist Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß grad gar nicht, wo wir sind Und wie weit ist das denn? Ja Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden? Wir sind ja nicht viele oder so All euren kapferen Taten zum Trotz ist doch das einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln Sechs sind wir noch Sieben Ja, mit Tyrael, war acht Ja, warte jetzt Was ist das denn hier? Keine Ahnung Boah, nee, das mach ich aber heute nicht mehr Was ist das denn jetzt hier, man? Ich will die verdammen, die euch geholfen haben Was ist unser Ziel gerade? Äh, über... Bietet die große Spinne oder irgendwie so, immer wie große Spinne. Überquert die große Spanne, mann, Spanne. Spanne, nicht Spinne. Ja. Weißt du, was dein Vater heute reingehauen hat? Nee. Anstatt Rollsplit hat der Rollsprit gesagt. Rollsprit, äh, Rollsprit. Aua, Level up! Okay, du brauchst noch zwei Slots. Ich bin aber schon jetzt 32, ne? Ja. Morgen zock ich mit meinem Mönch. Euer Geist ist nun befreit von dieser Verdämmnis. Kriege... Ist aber gefickt, ey. Scheiß tust du mit deinem Mönch. Ist es da noch? So, hier war doch so. Bei wie viel Part sind wir jetzt eigentlich? Ich hab voll die Übersicht verloren. Ich hab die letzten paar Dinger alle nicht und noch nicht geschickt. Wir gehen aber auch wieder rein. Weil ich mich nicht fischen. Alter! Was ist denn hier kaputt, ey? Alter! Wir müssen mal das Special Attacken drüber. Aber was hier abgeht gerade? Ich kannte Inarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weihte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde. Und er begann in der einen mit den Dämonen ein Fünster für so zu schmieden, um Frieden zu erlassen. Ja theoretisch, wenn wir so kurz vorm Ende sind, können wir das morgen auch noch eben mal klar machen. Ja. Und was morgen klar machen. Und viele andere Dämonen und Gräner schließen sich ihm an. Die Verdachtnis ist hier so viel durchdringender als in den Gärten. Vollständig. Diablo weiß genau, dass der Turm das Herz der Himmel ist. Ja komm, dann porten wir uns jetzt eben, das können wir eben aufräumen. Ja komm, porten wir uns eben. Gucken wir mal eben, was zum Händler gehen. Wenn ich jetzt nochmal zum Händler gehe, zu dem Gleichen, kann ich mir die Sachen nochmal angucken, die ich verscharrt habe. So komm, verticken die Scheiße hier. Zack, 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 drauf geschissen. Ich habe mal wieder 53.000, nice. Wie viel? 53. Ist ja okay. 121.221. Oh Junge. Das setze ich noch gleich ins Aha. Das setze ich ins Aha. Der Punkt. Na gut. So, dann ist es dort. Mal eben Level abgucken hier. Zack, was gibt es denn da Neues? Der Koloss hat was Neues? Naja, das nicht. Achso, ja. Ne, das interessiert uns nicht. Äh, Zombiehunde. Ey, mein Schild, was letzten Tage noch 6.000 Schaden gemacht hat, ne? Ja. Kriegt jetzt nur noch 1.322. Tja. Äh, habe ich das gemacht? Ja, habe ich gemacht. Das ist das. Dann nochmal eben gucken, ob es etwas Neues gibt hier. Und dann muss ich zugeben, habe ich auch eigentlich gerade... Keine Lust, ne? ...Bombogen, Alter. Zweihandbogen mit 44, eins gibt es jetzt. Ja, das Schild macht nur noch 90 Schaden mehr. Okay. Egal. Oh, oh, oh. Was haben wir denn da schon in das Junge? Aber mit zwei Slots wird das nicht sein. Zwei Sockeln. Ach, hier ist es doch noch. Hier, ach, ich habe es gefunden. 6.673 Schaden macht das Ding. Und da ist kein Sock... äh, da ist kein Stein drin. 6.800 mit Stein. Wir sind zwar noch eine Minute dran, aber egal. Egal. So, liebe Leute, wir hauen ab. Ja, ich denke, morgen werden wir halt hier eben rufen. Ja, gut, das ist aber auch schon ein bisschen. Ne, so noch gar nicht so spät, aber 410, was ist los? Ja, ne, das dauert noch ein bisschen. Ja, ne, das dauert noch ein bisschen. Ne, 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 machen wir heute nicht mehr. Ne. Ne. Ja, wir bedanken uns. Bitte. Und, äh, sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederschauen. Schossen.